Von Personenkult halte ich gar nichts. Von Vorbildern sehr viel. Und diese Frau, die gestern in Rom heilig gesprochen wurde, ist für mich ein großes Vorbild. Mutter Teresa aus Kalkutta. Als sie den Friedensnobelpreis 1979 bekam, sagte sie, Jesus Christus liebt dich und mich. Und er gab sein Leben für uns. Und als ob das für ihn noch nicht genug war, sagte er immer wieder, Liebt, wie ich euch geliebt habe, wie ich euch jetzt liebe. Und er sagte, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist so wundervoll für uns, durch diese Liebe heilig zu werden. Heiligkeit ist nämlich nicht ein Luxus für wenige, sondern eine einfache Pflicht für uns alle. Und durch diese Liebe, durch diese Liebe zueinander, erreichen wir sie. Heute, da ich den Friedensnobelpreis erhalte, ich persönlich bin äußerst unwürdig, bin ich glücklich wegen unserer Armen. Glücklich, dass ich die Armen verstehen kann. Genau gesagt, die Armut unserer Leute. Ich bin dankbar und sehr glücklich, ihn im Namen der Hungrigen, der Nackten, der Heimatlosen, der Krüppel, der Blinden, der Leprakranken zu erhalten. Im Namen all derer, die sich unerwünscht, ungeliebt, nicht umsorgt fühlen, die aus unserer Gesellschaft ausgestoßen sind. Ich nehme den Preis in ihrem Namen an und bin sicher, dieser Preis wird eine neue, verstehende Liebe zwischen den Reichen und den Armen bringen. Hierauf bestand Jesus. Darum kam er auf die Welt, diese frohe Botschaft den Armen zu bringen. Heute im Nachtgebet danke ich Gott für diese großartige Frau. Und bitte, dass wir Mutter Teresa nicht nur hochleben lassen und feiern, sondern dass wir, wie sie, die Ungeliebten aus unserer Umgebung lieben lernen. 22 Uhr Nachtgebet auf DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar